So, schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt zur Vorstellung unserer beiden neuen Co-Trainer. Ronald Brunnmeier in der Mitte, Michael Angerschmidt Links von euch zu sehen, herzlich willkommen Michi und Ronald, willkommen bei Eintracht Frankfurt, die ersten Trainingstage und Einheiten ja schon absolviert und auch euch, liebe Zuschauer der Eintracht Medien und liebe Journalisten hier im PK-Raum im Deutschen Bankpark, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, könnt Vorlieb nehmen oder müsst, je nachdem mit drei Österreichern heute auf dem Podium, aber ihr seid es ja mittlerweile schon gewöhnt. Eure Fragen bitte. Roland Palmert von der Bild-Zeitung. Hallo zusammen. Mal die Frage vorweg, kennen Sie sich schon in- und auswendig? Sind Sie schon mit dem Oliver Glasner ein eingespieltes Team oder, weil der Brunnmeier ist ja glaube ich neu dazugekommen, gibt es ja doch noch Anlauf kennenlernen? Nein, wir haben eigentlich glaube ich das erste Mal Fußball gespielt und über den Weg gelaufen sind und mit zwölf Jahren in einer Auswahl in Oberösterreich. Dort seit diesem Tag kennen wir uns. Wir haben glaube ich fünf Jahre miteinander gespielt bei der SV Ried und vor allem als Trainertätigkeit haben wir miteinander gearbeitet bei Lars Klintz, wo Olli Cheftrainer war und ich Amateurtrainer und wir sind dort glaube ich vier Jahre im Großraumbüro gesessen und durch das glaube ich kennen wir die Spielidee und die Spielphilosophie sehr gut und durch das gibt es da keine Abstimmungsschwierigkeiten. Lukas Dombrovski von der Sportbild. Guten Tag. Erstmal auch eine allgemeine Frage, wie sieht die genaue Arbeitsteilung aus? Also wer macht vielleicht Standards, wer noch ein bisschen mehr Gegnervorbereitung, wie ist da die Woche vom Arbeitsaufwand geteilt? Grundsätzlich ist es so, dass die Standardsituationen, für die war immer ich zuständig. Die Aufteilung unter der Arbeitswoche sieht so aus, dass die Gegnervorbereitung, bereiten uns die Analysten vor. Wir schauen dann kurz nochmal drüber, selektieren uns halt die Szenen, die wir den Spielern dann auch zeigen wollen aus. Und die Arbeitswoche ist so, dass Oliver das Training plant und dass wir uns dann halt immer wieder aufteilen, wer halt irgendwelche Schwerpunkte macht. Die Spieler hören dann immer wieder auch eine andere Ansprache. Oliver und ich kommen ja eher aus der defensiven Schiene, Ronny war der Stürmer und deswegen passt das ganz gut. Aber es ist jetzt so, dass die Parts nicht festgelegt sind, sondern dass wir uns da immer auch ständig abwechseln. Timo Müller vom Kicker. Herr Brunmeier, Sie waren ja zuletzt Cheftrainer, erfolgreich, waren jetzt wieder Co-Trainer. Inwieweit ist das eine Umstellung und warum überhaupt? Denn wenn man mal Cheftrainer ist, will man doch normalerweise selbst weiterbestimmen. Ja, das Problem habe ich nicht so. Es war einfach sicher eine erfolgreiche Zeit letzten Endes. Ich habe ja bei Blau-Weiß-Linz mit der Krönung des Meistertitels in der zweiten Liga. Aber die zweite Liga in Österreich kann man nicht vergleichen mit der ersten Bundesliga. Und darum, wie mich Ole angerufen hat und gefragt habe, ob ich mir das vorstellen kann, war eigentlich das ziemlich schnell klar, dass ich den Schritt einfach machen will. Ich habe es als Spieler öfter verabseimt, einmal ins Ausland zu gehen und jetzt habe ich die Chance bekommen und habe sie dann sehr gerne angenommen. Hallo, guten Tag. Die Frage war ganz ähnlich. Aber wenn man Meister wird, fällt es nicht schwer, wegzugehen? Und wie hat denn der Verein reagiert? Sind die alle sauer oder sagen, naja super, du hast jetzt eine große Chance oder wie ist das? Eher zweiteres. Es war so, dass wir zwar Meister geworden sind, aber in Österreich gibt es Lizenzen für die Bundesliga. Und da hat der Verein nicht angesucht gehabt, aufgrund der Infrastruktur. Es wird in Linz ein neues Stadion gebaut. Und das ist auch erst spielfähig in den nächsten zwei Jahren. Also nächstes Jahr bekommt man auch noch nicht die Chance, in der Bundesliga zu spielen. Und darum ist ein bisschen die Mannschaft zerfallen und es gibt dann einen neuen Zweijahresplan, der jetzt mit einem neuen Trainer umgesetzt wird und mit neuen Strukturen. Und für mich hat sich eben die Chance hier ergeben und durch das bin ich bei dem Projekt dann nicht mehr dabei gewesen. Sonja Pahl, bitte. Hitradio FFH. Hallo auch von meiner Seite in die Runde. Frage an beide auch. Was assoziieren Sie oder beziehungsweise was haben Sie denn schon im Hinterkopf alles gehabt, als Sie gehört haben, Eintracht Frankfurt wird es für Sie? Ja, als Kind guckt man ja immer, als österreichisches Kind guckt man ja immer Bundesliga. Und Eintracht Frankfurt war immer, auch als Kind schon ein riesengroßer Traditionsverein. Dann natürlich in den letzten Jahren mit dem Europacup-Auftritt, riesengroßes Fanpotenzial. Ich denke, die ganze Region identifiziert sich mit dem Verein. Ich kann nur ein Beispiel nehmen. Meine Tochter, die hatten so einen Junggesellenabschied, also einen Junggesellinnenabschied. Und da haben sie zufällig eine Männergruppe aus Frankfurt auch getroffen. Und irgendwie kamen halt die dann ins Reden und ja, die gehen halt regelmäßig ins Stadion. Und sie kam dann nach Hause und hat mir erzählt, ja, wie schön das ist, weil alle Leute halt mit dem ganzen Verein mitfiebern und freuen uns schon natürlich, wenn es dann irgendwann auch losgeht. Sehr gefreut haben, als sie gesagt haben, jetzt gehen sie nach Frankfurt. Ja, die wusste ja das, die wusste das schon, aber die haben sich halt irgendwie unterhalten und eine Freundin von ihr hat denen halt das erzählt, dass ihr Vater dann nach Frankfurt geht. Und dann wurde sie natürlich gelöchert mit Fragen, wie ich zu Hause bin und so weiter. Aber ja, da merkt man halt, dass einfach das Interesse riesengroß ist und ja, wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Ja, recht viel habe ich nicht mehr zu sagen. Ich glaube, es wäre schön, wenn Fans einfach im Stadion sind, weil einfach die Atmosphäre, von der schwärmt jeder und das wollen wir erleben. Und sonst, wie Michael gesagt hat, wir sind in Österreich, schauen wir schon immer Deutsche Bundesliga und ja, für mich ist so, Assoziation mit Frankfurt Stepanovic, JJ Okoccia, das ist das, was sicher im Kopf drin ist. Christoph Michel, Sport1. Hallo, herzlich willkommen an beide, Herr Angerschmidt. Sie haben mal in einem Interview gesagt, wortwörtlich, wenn Ihnen etwas gegen den Strich geht, dann fährt eine Eisenbahn drüber. Also damit meinten Sie sich. Wie würden Sie sich denn selbst charakterisieren? Ein bisschen impulsiverer Typ oder würden Sie sagen ruhiger, der halt nur in bestimmten Momenten vielleicht auch mal eine strengere Note hat? Puh, ich denke, diese Frage könnte Ronny besser beantworten als ich. Nee, grundsätzlich ist es so, dass ich eher ein ruhigerer Typ bin. Nur wenn mir halt irgendwas gegen den Strich geht oder irgendwas, wenn ich denke, irgendwas passt nicht, dann kann ich auch impulsiver werden. Aber in der Regel ist es schon so, dass ich eher der Ruhigere bin. Roland Palmath von der BILD und dann Benjamin Heinrich von den Fußball News. Noch eine Nachfrage zum Trainerteam. Offiziell heißt ja auch der Potenzial Trainer Trainer. Gehört der mit in die Runde bei den wöchentlichen, täglichen Besprechungen oder läuft das nicht mehr? Hatten Sie schon Kontakt mit ihm? Ja, der ist dabei. Der Martin ist zweimal in der Woche. Der kommt auch her. Letzte Woche, glaube ich, war er am Trainingsauftakt immer dabei. Diese Woche ist, glaube ich, meine Information, dass er donnerstags zur Mannschaft unter Zungen stößt. Und ich denke, auch ein kleines Musiksteinchen, wo man eine Anlaufstelle hat, der vielleicht Strömungen früher erkennt und auch uns eine Rückmeldung gibt. Also sicher tolle Sache. Benjamin Heinrich. Ja, hallo. Können Sie vielleicht mal Oliver Glasner ein bisschen beschreiben, wie arbeitet er in so einem Trainerteam? Was für Stärken bringt er mit? Und was ergänzen Sie vielleicht dann auch in so einem Trainerteam? Was macht ihn aus? Ja, grundsätzlich ist Oliver, sage ich, ein Fußballverrückter, der Fußball 24 Stunden am Tag erlebt. Der nicht, wenn er die Tür hier schießt, im Büro nach Hause geht und dann ist es vorbei, sondern bei ihm im Kopf, da ist Fußball allgegenwärtig. Er ist ein Fanatiker, ein Detailverliebter, der halt sehr tief in die Materie reingeht, der sehr, sehr viel sieht, der aber dann schon auch wieder immer von den Spielern auch eine gewisse Lockerheit fordert. Weil wenn du so auf den Platz gehst, dann ist es natürlich schwierig, eine gute Leistung zu bringen. Und ja, er sieht halt taktisch sehr, sehr viel. Wie gesagt, für uns ist es mit ihm relativ einfach zusammenzuarbeiten, weil wir uns halt schon sehr, sehr lange kennen. Da weißt du dann auch mal, wenn es besser ist, vielleicht mal nichts zu sagen oder wenn es vielleicht auch mal besser ist, ihn auf irgendwas hinzuweisen. Also an der Seite, denke ich, funktioniert das sehr, sehr gut. Ingo Dusterwitz von der Frankfurter Rundschau, bitte. Ja, hallo erstmal. Wie haben Sie denn die Mannschaft, so ist, man ist jetzt noch nicht lange, ein paar Tage erst, die Mannschaft erlebt, die Spieler gesehen? Also auf welchem Niveau, würden Sie sagen, pendelt sich das ungefähr ein? Ja, ich bin vielleicht der schlechteste Ansprechpartner, weil ich ja keinen Vergleich habe zu den anderen Bundesliga-Mannschaften. Ich kann nur sagen, dass alle, die hier sind, mit einer Top-Einstellung am Werk sind, sehr wissbegierig sind, tolle Mentalität. Intensität ist sehr hoch im Training. Natürlich, glaube ich, sind wir jetzt noch von der Gruppe noch nicht beisammen, es sind noch die Teamspieler unterwegs oder haben jetzt noch frei. Also es wird sich finden, es wird vielleicht noch der eine oder andere Neuzugang auch noch dazukommen. Aber ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Vielleicht ein paar Sachen, denke ich, mir neu sind für die Spieler, aber sie sehr gewillt sind, diese sofort umzusetzen. Und da bin ich sehr optimistisch, dass wir auf einem guten Weg sind. Sonja. Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen erklärt, wie es ist, wie Oliver Glasner für Sie aus Ihrer Position heraus ist. Aber Sie arbeiten ja und kennen ihn ja zum Teil eben auch schon sehr, sehr lange, wie Sie beschrieben haben. Was ist denn der Reiz, dann mit ihm so zu intensiv zusammenzuarbeiten? Weil eine lange Ehe, sagt man ja immer so schön, ja, da passiert mal so ein bisschen. Aber was macht den Reiz aus, dass man mit ihm zusammenarbeitet, beziehungsweise auch so lange mit ihm zusammenarbeitet? Ja, ich sage mal, Fußball ändert sich ja täglich und täglich passiert was Neues. Von dem her macht es das schon mal reizvoll. Und ja, ich denke, wir haben alle miteinander eine andere Basis, weil wir jetzt, das ist jetzt nicht nur ein Arbeitsverhältnis, sondern einfach ein freundschaftliches Verhältnis über die letzten 30 Jahre. Also das war vom Spieler bis zum Trainer. Und es ist egal, ich habe, der Michi und der Oli haben ja meistens in der gleichen Mannschaft gespielt, aber ich war doch ein bisschen ein Zigeuner, der den einen oder anderen Verein gehabt hat. Und der Kontakt ist nie abgerissen. Wir haben es, glaube ich, immer geschafft, auch gemeinsam auf Urlaub zu fahren. Und von dem her ist es, ja, glaube ich, auch ein anderes Arbeitsverhältnis zu sehen. Und ich glaube, wir wissen, wie der andere tickt. Und wir schätzen einfach auch die Meinung vom anderen. Und das ist halt, ich denke, sechs Augen sehen mehr als zwei und drei Köpfe, was jetzt nur den Fußball betrifft, weil wir haben ja sehr, sehr viele Köpfe da bei uns im Verein. Und das soll sich einfach ergänzen, dass dann am Ende das Produkt ein Gutes ist und dass die Mannschaft dann dementsprechend Fußball spielt und gewinnt. Für das sind wir da. Peppe Schmidt. Ist denn schon festgelegt, wie Sie bei Bundesligaspielen arbeiten? Sprich, sitzen Sie beide mit auf der Bank? Oder wie Ihr letzter Vorgänger, der Peindinger, der hat auf der Tribüne die erste Halbzeit gesessen? Nee, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Es war jetzt in den letzten Tagen ja sehr, sehr viel Neues, sehr, sehr viel Kennenlernen. Es gab eigentlich relativ wenig Zeit, dass wir uns über solche Dinge unterhalten haben. Da bleibt aber noch genug Zeit. Das werden wir dann irgendwann die nächsten Wochen abklären. Und dann wird man sehen, wie Olli das auch haben will. Letztes Jahr war es ja so, dass ich auf der Bank Platz genommen habe. Und einer saß halt auf der Tribüne. Aber nochmal, es gibt auch dann die Analysten, die auf der Tribüne sind. Wir haben ja hier genug davon. Und es reicht, wenn ich mit dem verbunden bin. Und der mir halt von oben die Dinge, die man vielleicht korrigieren kann, auch sagt. Oder dem ich auch dann mal sagen kann, du bitte markier diese Szene, weil die wollen wir uns in der Halbzeit ansehen. Und ja, da wird es dann sicher zu Saisonbeginn eine Lösung geben. Christopher Michel. Gerne die Frage an beide. Oliver Glasner schwärmte gestern von Ndika. Man sieht auch, dass er oft mit ihm redet. Vielleicht können Sie mal die Eindrücke teilen. Man hat schon so das Gefühl, dass er ihn nochmal in eine neue Verantwortung übernehmen will. Haben Sie da auch schon mal über ihn drüber geredet? Welche Rolle Sie für ihn sehen gerne und einfach mal Ihre Beobachtung von ihm schildern, die jetzt die ersten acht Tage? Ja, ich denke, dass das unser aller Ansatz ist, dass wir die Defensive stabilisieren. Ich denke, in der Analyse, dass doch das eine oder andere Gegentor zu viel ist. Und wenn man das reduzieren könnte, könnte am Ende mehr Punkte rausschauen. Und da ist der Ewan natürlich ein wichtiger Bestandteil, um auch die Idee, die Oli hat, umzusetzen. Und das probieren wir in Aufbau, in den Schritten. Ich glaube, das waren die letzten Tage im Training immer. Vom Kleinen wird ins Größere gegangen. Heute ist auch noch Analyse von den letzten Trainings per Video, um den Spielern noch einmal auch die Verhaltensweisen, die wir sehen wollen, näher zu bringen. Und dann wird das einfach Schritt für Schritt passieren. Und ich denke, so was man bis jetzt mitkriegt, ist einfach Ewan ein sehr, sehr wichtiger Spieler, der die richtige Einstellung und Mentalität auch mitbringt, um da hinten ein Ballwerk zu sein. Benjamin Heinrich und danach Ingo Durstewitz. Eine Frage an Herrn Bohnmeier. Als ehemaliger Stürmer sind Sie dann ja quasi Sturmexperte bei der Eintracht. Herrscht da ja ein reger Konkurrenzkampf. Jetzt kam auch noch ein Neuzugang dazu. Können Sie mal aus Ihrer Sicht beschreiben, wie dieser Konkurrenzkampf aussieht und auch wie sehr haben Sie in den letzten Tagen, Wochen auch die Copa America verfolgt? Copa America habe ich gar nicht verfolgt, weil die Tage sind sehr, sehr langweilig. Und ich bin froh, wenn ich ins Bett gekommen bin und ich glaube, vor den Beginnzeiten war das dann irgendwo in der Nacht. Also vor dem her war mir der Schlaf in dem Fall wichtiger. Beziehungsweise, ja, ich denke, es sind sehr, sehr viele Offensivspieler. Es hat die letzte Saison natürlich auch gezeigt, dass da ein Riesenpotenzial herrscht. Trotzdem schaut man immer wieder auch auf die Basics, eben, dass die Positionen besetzt sind. Wie läuft man ein? Wie ist die Strafraumbesetzung? Wie ist der erste Kontakt? Wie sind die Abschlüsse? Das wird sich im Laufe der Zeit, wenn dann jetzt einmal so das Großgerüst steht, wird sich das dann einpendeln. Und dann werden wir ins Detail gehen. Aber ich denke, was ich so gesehen habe, ist die Basis schon sehr, sehr hoch. Dann Ingo. Also die Frage kann beantworten. Wer möchte jetzt? Können auch beide. Sie haben eben gesagt, der Potenzialtrainer könnte auch Strömungen erkennen, vielleicht ein wichtiger Mosaikstein. Ich finde die Personalie ganz spannend. Was muss man sich denn genau darunter vorstellen? Was macht der denn genau? Ja, Martin, bis jetzt war es so, er war halt mit auf dem Platz und beobachtet dort das Training. Und es ist ja, wenn du als Trainer irgendwo an der Seitenlinie stehst, dann nimmst du halt manchmal solche Dinge, die halt, wenn sich ein Spieler jetzt ärgert, weil er halt mal eine Chance vergibt und halt dann dort steht und sagt, okay, bin ich schlecht, dann versucht halt er das umzudrehen und ihm zu erklären oder er spricht nachher mit ihm und sagt, vielleicht beim nächsten Mal, sag einfach, dann mache ich es besser. Und ich denke, der wird auch dann irgendwann mal so eine Ansprechperson für den einen oder anderen Spieler. Es gibt auch Dinge, die ein Spieler vielleicht nicht direkt, mit dem der Spieler nicht direkt zum Trainer oder zu einem von den Co-Trainern gehen will. Ja, dann kann er zu Martin und Martin trägt das zu uns weiter. Und ich denke, es ist so ein kleiner Mosaikstein, der es vielleicht den einen oder anderen Spieler auch einfacher macht, irgendwas zum Trainer zu transportieren oder eben, um einfach Dinge zu verbessern. Lukas Dombrovski. Ja, eben klang es kurz an, dass das eine oder andere neu dabei ist, auf was sich die Spieler auch einstellen müssen. Was ist denn das, was die Spieler unter Ihnen machen, was Sie vielleicht bei anderen Trainern nicht machen? Was war so viel auch in Wolfsburg das, was am längsten im täglichen Miteinander gedauert hat, auf was sich die Spieler einstellen mussten? Wie jetzt von der... Vor allen Dingen im Training. Ja, im Training, es geht halt bei uns sehr, sehr viel um Verhaltensweisen. Wie wollen wir... Ja, wir wollen alle gemeinsam verteidigen, wir wollen aber auch alle gemeinsam angreifen. Und wenn jetzt, ich sage es jetzt mal übertrieben, wenn der Ball vorne bei uns bei den Stürmern ist, dann ist es nicht so, dass die Verteidiger oder die defensiven Spieler dann Pause haben, sondern die haben dann sofort wieder eine Funktion, schauen, dass die Restverteidigung stimmt, dass die Räume zu sind, über die vielleicht der Gegner dann kontern kann oder kontern will. Und ja, umgekehrt ist es so, wenn der Gegner von hinten rausspielt, ist halt der Stürmer der erste Verteidiger. Und da hören sie im Moment sehr, sehr viel, wie wir halt das dann regeln wollen oder wie wir uns da verhalten wollen. Und ja, wissen auch aus unseren Erfahrungen, dass das halt ein Prozess ist, der eine Weile dauern wird, der nicht von heute auf morgen geht, aber der halt einfach Schritt für Schritt sich weiterentwickeln soll und soll halt dann irgendwann in die Richtung gehen, dass der Spieler, wenn der Ball jetzt vom Innenverteidiger auf den Außenverteidiger vom Gegner gespielt wird, dass halt der Spieler nicht mehr nachdenken muss, was mache ich jetzt, sondern dass die Laufwege und die Verhaltensweisen einfach dann automatisiert sind und ja, um dann einfach Druck auf den Gegner auszuüben. Christopher Michel. Ja, Herr Schmitz, Sie sprachen vorhin die Standardsituation an. In Wolfsburg hatten Sie mal gesagt, 30 bis 35 Prozent der Tore könnten durchaus nach ruhenden Wellen fallen und haben da auch viel Zeit aufgewendet. Wird es hier in Frankfurt eh nicht sein, dass Sie sagen, so viel Zeit muss man dafür aufwenden und wie viele Ideen hat man denn dazwischen schon im Kopf, aus was so ein Repertoire schöpfen Sie da inzwischen? Ja, ich mache das jetzt ja mittlerweile schon eine ganze Zeit. Also es ist schon so, dass wir wöchentlich Zeit aufwenden, um auch Standardsituationen zu trainieren. Wenn ich jetzt die letzten großen Turniere nehme, waren glaube ich immer 40 Prozent der Tore, ungefähr 40 Prozent der Tore aus Standardsituationen. Ja, und jetzt zu sagen, okay, ich wende dort keine Zeit auf, wäre, denke ich mal, nicht clever. Und ja, es ist halt immer so, spielt halt dann auch immer der Gegner mit. Ich versuche mich halt bestmöglich vorzubereiten auf den Gegner. Grundsätzlich schaut man mal drauf, wo gibt es Räume, wo gibt es vielleicht eine Schwachstelle beim Gegner, die wir ausnützen könnten. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich das alles sich alleine mache, sondern da werden auch immer wieder die anderen Trainer mit einbezogen und dann diskutiert man halt über gewisse Dinge, ob die funktionieren könnten oder nicht. Und ich sage, dann wird es halt im Training trainiert und dann versuchen wir es halt im Spiel bestmöglich umzusetzen. Benjamin Heinrich. Ja, einer Ihrer Landsmänner weilt ja noch im Urlaub mit Martin Hinteregger. Gab es zu ihm schon Kontakt? Und ja, wie wichtig wird er für Sie auch in der neuen Saison, vielleicht sogar auch als Ansprechpartner? Ich glaube, Kontakt hat nur Ole mit ihm gehabt. Wir wissen ja von Österreich her, dass Hinti hier eine Legende jetzt schon ist, der, ich glaube, einer der wichtigsten Spieler im Kader von uns ist. Und gemeinsam mit den anderen wird er, wo er auch die Verhaltensweisen wahrscheinlich schon mit am besten kennt von seiner Repul-Salzburg-Vergangenheit. Darum denke ich, wird er da wenig Anpassungsschwierigkeiten haben. Und sonst habe ich nur mit ihm kurz Kontakt gehabt in Felden bei der Meisterfeier von Blau-Weiß-Linz und da war eben Hinti in seinem Heimaturlaub, kurz bevor er in die Nationalmannschaft eingerückt ist und da haben wir ein paar Worte gewechseln können. Sonja, die Abschlussfrage. Dann so gesehen passt das dann als Abschlussfrage ja auch. Der Bartosz hat das so schön eingeleitet, die Pressekonferenz mit ganz vielen Österreichern auf der Tribüne. Ich habe Sie vorhin auch schön mit Olli Glasner nach der Trainingssession sprechen sehen. Würden wir Sie denn verstehen, wenn Sie dritt zu dritt da stehen und sich unterhalten? Ich denke, ja. Ich denke, ja. Es ist ja auch so, wenn ich jetzt ab und zu mal mit dem Spieler rede, dass dann irgendwann der Dialekt reinfällt. Jetzt kann ich es nicht ganz genau beurteilen, ob der Spieler halt sagt, ja, ich verstehe es oder er versteht es nicht und nickt halt einfach. Aber ich denke, wenn wir Dialekt sprechen, würdet ihr das auch verstehen. Vielleicht das eine oder andere Wort nicht, aber es ist ja auch manchmal gut, wenn man nicht alles versteht. Ich glaube, es sind da relativ viele im Verein auch, die auch im Staff noch Österreicher sind beziehungsweise aus den südlichen Regionen von Deutschland. Also ich glaube, bis jetzt hat noch keiner Schwierigkeiten mit uns gehabt. Gut. Dankeschön. Danke. Danke, danke. Danke euch. Euch noch einen schönen Dienstagnachmittag und wir sehen uns morgen um 13 Uhr zur nächsten PK. Danke euch. Gude. Gude. Wir lernen auch. Gude. 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 Vielen Dank.